Musik Zum Verkauf steht diese einzigartige Ferienimmobilie am Schwiedhochsee im Ortsteil Jessan. Das Objekt ist ruhig gelegen am Rand des Jessaner Weinbergs. Musik Musik Das Grundstück ist gegliedert in vier Flurstücken. Davon ist ein Flurstück Eigentumsland und drei Flurstücke Erbbaupachtland. Die Erbbaupachtverträge sind ausgestellt vom Amt Liberose-Oberspreewald der Gemeinde Spielhochsee. Musik Die Verträge laufen 99 Jahre. Musik 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 Die Immobilie ist sehr gepflegt und wurde vom Eigentümer aufwendig saniert. Hier fehlt es einfach an nichts. Sie haben ein Whirlpool, ein Gästehaus, ein Carport, eine Werkstatt und vieles mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir hoffen, Sie hatten etwas Freude an dem Film und wünschen Ihnen alles Gute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020